Hallo und guten Tag. Ich bin Peter Wasserfuhr. Ich bin der Kuratoriumsvorsitzende der Kinderstiftung hier in Troisdorf. Seit zehn Jahren schon unterstützen wir mit unserer Stiftung bedürftige Kinder in Troisdorf. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Pandemie uns Schwierigkeiten macht, benötigen viele Kinder aus sozial schwachen Familien eine Unterstützung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, mit Hilfe von Tablet oder Computer am Unterricht teilnehmen zu können. Wir wollen helfen, dass diese Kinder, die sich diese Dinge nicht leisten können, auch teilhaben an dem Unterricht, der ihnen damit geboten wird. Darum unsere Bitte an Sie, spenden Sie jetzt in der Weihnachtszeit an die Kinderstiftung Troisdorf. Unser Spendenkonto sowie die Information über unsere Arbeit und die geförderten Maßnahmen finden Sie im Internet unter www.kinderstiftung-troisdorf.de. Im Namen der Kinderstiftung danke ich Ihnen schon im Voraus und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Bleiben Sie gesund!